Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, besser spät als nie, heute mal ein Video zu den Nachtmaps in Battlefield 4. Zuerst sollte man aber sagen, bis jetzt kann man nur Shanghai in der Nachtversion spielen. Interessant dabei ist erstmal, es wird Congress Assault gespielt, das heißt ein Team hat von Anfang an alle Flaggen und das andere Team eben gar keine, da war das Team ohne Flaggen 50 Tickets mehr. Weite Änderungen sind, dass die C-Flagge bei Shanghai nur unten ist und nicht mehr auf dem Turm selbst drauf, Fallschirmspawns und Fahrstühle sind ebenfalls deaktiviert. Dazu sind Helikopter auch weg und es liegt mehr Fokus auf den IFVs, also den Anti-Infantrie-Vehikeln und nicht mehr so auf Panzern und eben Booten und all den Kram. Trotzdem gibt es den Panzer immer noch. Also insgesamt kommt man einfach gar nicht mehr auf die Dächer rauf, weil es gibt keine Möglichkeit mehr diese zu erreichen. Außerdem wird es jetzt auch eine andere Levolution geben und zwar wird es eine Möglichkeit geben, durch einen großen Kurzschluss alle Lichtquellen irgendwie lahmzulegen. Momentan sind aber noch nicht alle der Lichtquellen davon betroffen, soll aber zukünftig irgendwann erreicht werden. In der CD ist es bis jetzt außerdem nur möglich den Classic-Modus zu spielen, das heißt zum Beispiel sowas wie, es gibt keine Selbstheilung mehr, also man ist auf Medikids angewiesen und Spotting wird nur auf der Minimap angezeigt, also keine roten Dreiecke, die jeden Gegner sofort krass auffallen lassen würden. Das wäre zum Beispiel auch eines Problemen der Nachtmaps, dass eben dieses riesige Dreieck immer zu sehen ist, aber durch den Classic-Modus sieht man das gar nicht, sondern man hat Gegner immer nur auf der Minimap angezeigt. Dann ein Punkt, den manch einer doch bemängelt hat, dass Shanghai ja gar nicht so dunkel ist. Hm, ist ja auch eine Stadt, da brennt eben viel Lichter, dort ist es eben nicht so dunkel wie zum Beispiel, eventuell Goldmuth ist zum Beispiel. Ich würde doch Goldmuth sagen, das ist eine Map, die ist ein bisschen größer, die könnte bestimmt in der Nachtversion deutlich dunkler sein, als es Shanghai ist. Aber trotzdem muss man Shanghai auch zugute heißen, an manchen Stellen ist es doch wirklich dunkel, aber manchmal innerhalb von Gebäuden und so ist es natürlich hell und da fällt die Nachtversion nicht ganz so stark auf. So kann man auch sagen, dass ihr NV und FLIR, also diese Nachtsichtvisiere, halbwegs diese Wärmeerkennungsvisiere, sind keinesfalls Pflicht. Vor allem, weil die auch noch nicht ganz perfekt funktionieren. Zum großen Teil finde ich, die beiden Scopes gehen schon, aber nicht immer. Ich würde aber sagen, mein Eindruck nach, gerade das beim Panzer, die Thermalsicht und so, die taugt bis jetzt fast gar nichts, aber die normalen Scopes, die gehen bis jetzt schon zum großen Teil klar, haben aber auch eben auch noch ein paar Fehler, dass ein Fahrzeug im Wasser trotzdem noch schwarz ist und nicht irgendwie gelb aufleuchtet, zum Beispiel wie beim ERNV. Aber dafür ist es eher da, da wird viel getestet, deswegen will ich jetzt jeden Fehler, der jetzt noch da ist, nicht allzu schlimm sehen. Ist ja noch keine finale Version, da wird noch getestet, also ist noch alles völlig in Ordnung. Aber auch die Taschenlampen sind bis jetzt noch nicht so nützlich. Man fällt, wenn man das Ding benutzt, mega auf und das, was es macht an Licht, ist leider ein sehr kleiner Kegel, das lohnt sich irgendwie nicht. Man fällt mehr auf, als man Licht macht, um irgendwas zu sehen, deswegen, der Effekt ist momentan noch nicht so taugbar. Man sollte, finde ich, jetzt wirklich bis jetzt eher ohne Taschenlampe spielen. Und außerdem, wenn ich richtig geguckt habe, reflektieren sechsmal Scopes und höher immer noch. Und ey, es gibt keine Sonne, also deswegen sollte vielleicht die Reflektion von Snipern auch irgendwie weg. Außerdem soll ein Panzer noch Scheinwerfer bekommen, die gehen noch nicht. Ich muss auch sagen, bis jetzt konnte ich auch ohne die spielen. Wäre aber cool, wenn die noch irgendwie kommen würden. Und sonst muss ich sagen, zur Nachtversion von Shanghai, die Idee selber gefällt mir und ich freue mich auch auf die fertige Version. Man sieht halt schon mal ganz gute Ansätze, aber ein großes Fazit ziehen ist irgendwie wenig sinnvoll. Es ist einfach nur eine Map und die ist noch nicht perfekt. Man sollte aber warten, bis ein paar mehr Maps da sind, wenn die sagen, so ja, bald kommt die finale Version. Dann kann man sagen, es ist gut, lohnt sich das, macht das Spaß irgendwie. Aber momentan ist es einfach noch zu grob, zu unfertig, dass man jetzt irgendwie super sagen kann, das wird jetzt klasse oder das wird schlecht. Das geht einfach noch nicht. Ich will aber schon mal sagen, dass mir die Bodenvariante von Shanghai gefällt. Also keine Dachcamper und Co. Also unabhängig davon, dass jetzt hier Nacht ist, einfach nur selber dieses Prinzip von kein Helikopter, kein aufs Dach kommen. Die finde ich cool und die könnte man fast auch mal so in der Tuck-Version mit einbauen. Hätte ich echt gerne mal in Battle 4 zum testen. Ja und das war's schon. Mehr kann ich einfach nicht erzählen. Es gibt noch nicht viel zu sagen. Und ja, hoffentlich hat's dir gefallen. Daumen hoch ist natürlich ziemlich geil. Man sieht sich. Haut rein. Ciao.